Das müsste eigentlich das große X gewesen sein, ne? Warte, hier muss man eben kurz die Fackern dahintun. Oh, hier ist noch mehr als Zinn. Hier ist noch leckeres... Das sieht so lächerlich aus, wenn dein Dino so mit dem Stein rummacht, ne? Wenn der Dino mit dem Stein rummacht. Au! Hat ein Dino nicht auch Gefühle? Nein. Aber, also... Der kriegt doch dann auch blaue Flecken an gewissen Stellen. Das macht nicht zu viel auf, wir haben... Achso, ja. Nur den richtigen Weg machst du auf, okay? Naja, richtiger Weg, äh... Ja, den... Ihr müsst den Weg wissen, ich weiß den nicht, ich kenn mich hier nicht aus. So, wir brauchen Gold. Und zwar ne ganze Menge. Wir haben vorhin mal ein paar mitgebracht, so ein paar Dinger. Wieso brennt denn hier alles? Äh, weil das Zeug ist, wo Feuer drauf ist. Warum? What the fuck? New Village located. Ach ja, das hatte mir jemand in die Kommentare geschrieben. Wir sollten uns auf alle Fälle auf Dörfer freuen. Wieso? Äh, nur so. Wieso? Nur so. Nur so. Die sind wohl nicht Standard Vanilla. Ja. Ja, und schön. Warte mal, kann man hier noch eben schnell zu machen? Ey, Mistviech. Da geht's runter, ja. So. So. Äh. Alles klar? So. Alles klar. Was ist denn Breaking 2 und Chill Aura 1? Bist du jetzt nach oben gegangen? Ich geh jetzt gerade nach oben. Ich hab auf meiner Rüstung nicht Unbreaking, sondern Unbreaking. Ist das gut? Warte ich immer noch mein Wasser mit hier in den Instrumentar so. Boah, hier ist ja nirgendwo ausgeleuchtet. Ich bin auch überall was bohren, Freunde. Muss ich erst hier den Bauinspektor geben. Aua, aua, was ist das für ne Scheiße hier? Aua, aaaah! Da habt ihr schon zugemacht. Hier geht's hoch. Kann ich mal eben nur die Fackeln hin? So. So, dann haben wir hier einmal eine Portion Redstone. Wollt ihr mich alle verarschen hier? Ja. Hm. So. Aber Action ist hier oben. Hier wie ein Tane Swarm, der greift mich an. Ne, ne, hier oben ist kein Action. Hier hat gleich alles leergeräumt. Jo, alles Spawn abgebaut. Das ist kein einziger mehr. Ja gut. War fleißig. Hm. Da hast du ja auch alles mit Dings zugebaut, ne? Ja, ich hab halt im Prinzip nur eine Reihe reingesetzt. Nicht, dass sich unsere zwei älteren Herren hier verlaufen. Wo der Diamant ist, hier ist der Diamant. Jetzt gibt's schön viel Diamant. In Mund und Farbe. Ein Larpis wäre ja ganz toll. Larpis haben wir aber noch in den Kisten drin. Da hab ich einiges gefarmt gehabt. Lazzudi? Lappis Lazzudi? Ja. Ich lass dich mal das hier abbauen, weil du hast so einen Lack als ich. Ja, ich hab Lack. Dann brauchen wir den hier. Boah, wie ist das hier denn? Leckt das hier so? Äh, ich hab jetzt 47 Diamanten hier aus dem Raum rausgeholt. Und willst du den jetzt erst wegbringen oder willst du weiter hochgehen? Äh, ne, wir gehen weiter hoch, weil... Ich hab noch genug Platz. Okay. Oh shit, hier ist ein bisschen... Hier gab's auch noch irgendwo Diamanten, mein ich. Irgendwas rumrum hören. Äh, hier gibt's überall noch Zombies, die gesponsert. Da ist ja zwar alles Spawner abgebaut, aber... Nicht alle Räume ausgeleuchtet wie ich zum Beispiel. Hier oben hat er auch gar nicht dicht gemacht. Jetzt weiß ich hier oben überhaupt nicht. Au! Komm, 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 komm. Unter dir. Ich denk nur, wieso guckst du mich an? Gibt's gar nicht. Ja, hier ist... Hier hat er nichts verbaut und nichts gemacht. Ich blick dir einfach nicht durch, wo ich was reinpacken muss. Ja, ähm... Wir können ja einfach mal in eine Richtung gehen und dann... Du gehst vor. Du gehst vor? Und wie merken wir uns, wo wir zurück müssen? Ähm, wir stellen uns einfach hier so Brotgruben hin. Brotgruben? Ja, okay, alles klar. Dann geh hier hin. So, geh mal da weg. Das war natürlich auch klug. Da hast du das Wort... Problem wird natürlich, wenn jetzt in allen Räumen Brotgruben stehen, dann funktioniert unser System nicht mehr. Richtig. Außen rennt gerade, äh... Brother hinter dir her und baut die Dinge wieder ab. Meinst du? Wo seid ihr denn überhaupt? Wenn der hört System und, äh... System? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Im Dungeon. Im welchen? Im unseren unten? Jaja. Aber sie sind nach oben gegangen wo der Place war. Okay. Warte mal, den Raum hier können wir doch eigentlich zu machen. Das macht doch gar keinen Sinn hier. Ja, mach zu. So. Dann machen wir das hier noch zu, weil wir kommen dann eh von der anderen Seite wieder. Wenn du gleich noch Koppel hast, wäre ich dir ganz dankbar dafür, weil so viel habe ich nicht. Warte, warte, warte. Äh... Da und da. Boah, geil. Hier, hier und hier. So, mal überlegen. Der Raum hier bringt ja auch nichts mehr. Dann können wir den hier auch schon mal zu machen. Den hier auch. Ja, der ist wohl offensichtlich nichts drin. Der hat hier noch Sachen drin gelassen. Der hat noch Sachen hier drin gelassen. Vor allen Dingen Human Flash. Ja, aber ich habe auch zweimal TNT hier drin gehabt gerade. Der hier ist auch sinnlos. Bei sowas denke ich mir einfach, TNT, das baue ich mir selbst. Ja gut, warum? Oh, der Raum ist dann auch sinnlos. Weil mein Inventar voll war. Man muss ja immer ein bisschen Abstriche machen. Ich verstehe. Machen wir den jetzt auch dicht? Ja, man kann ja da noch wieder rum, ne? Was für Sachen hier hat liegen lassen? Gute Sachen? Äh, einmal und so ein Kram irgendwie mitnehmen. Hier ist noch stone bricks drin, falls noch mehr zum Zug. Oh ja, das ist ganz gut. Ich muss ja hier ist dann, ne? Oh, das war der hier da. Einmal liegen lassen. Steinigt ihn! Aber echte. Weil hier ist Leather Tunik mit drin, also auch immer das ist. Ja, das ist ein Lederbrüstung. So, gehts dann noch rum? Ja, ne? Das hat sich eigentlich auch zu machen. Fackeln mitnehmen. Tut ja nicht Not. Eckart! Wobei, mir geht grad Steinen gleich aus. Macht nix, bauen wir uns neun ab. Tut das Not, dass dir der Stein ausgeht. So, äh... Da. Den mache ich von der Seite schon mal zu. Komm jetzt durch die andere Seite mal zurück, warte. Ja, mach das mal. Nein, ich hab kein Stein mehr. So, hier noch drei. Rother nicht pfeifen. Sorry. Haben wir den eigentlich auch schon zu machen? Ich muss gut outchen. Ich muss nur grad... Ich muss nur grad was umbauen. Ich hab vier Steine für dich in der Kammer. Wo ich drin bin. Ihr müsst ihr liebe Leute, ich... Der Rother könnte schon pfeifen. Dann müsste ich ihn nur leise machen. Und dann ist es schwer, dass ich wieder das auf... Ja, 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 das haben wir alle schon gehört. Ah, ja, ja, ja. Dass er in der Aufnahme zu leise ist. Ach, ja! Oh, mehr! Nochmal! Ja! Oh, hier ist Lava. Ja, ich hab Lava gefunden. Soll ich mal Lava einmal machen? Brauchen wir Lava? Hallo? Ja. Ja, buchen wir Lava mit. Nö, 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 nö. Nicht das rein. Zack! Blub! Was macht der Blaze eigentlich die ganze Zeit da oben? Äh, ich baue uns eine Lambe X. Ich baue hier mal Wasser hin. Oh, das ist geil. Eine oder mehrere? Erstmal eine aus Obsidian. Ja. Okay. Ich baue ein Schild. Vielleicht ist das ein Schild. Super, das war's. Ah, hier ist ja noch eins. Schild steht drauf. Warte, warte, ich hab ne Idee. So. So. Wieso geht denn das nicht? Äh, das muss von oben drauf oder so. Meinst du? Ja, ja. Und dann gibt's Koppel. So, jetzt fließt es hier zumindest nicht mehr rum. Ähm, okay, da der Raum noch mit Lava ganz interessant ist. Alle. Alle. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Warum habt ihr eigentlich dieses, äh, Orchalium-Uran nicht abgebaut mit euren Feldern? Weil, weil ich das nicht kann. Ach, ich kann's auch nicht. Ich seh's gerade. War der nicht irgendwo einen Weg nach unten? Dann bin ich ja unten irgendwo hier gegangen. Hier, hier, so. Habt ihr einfach zugebaut mit euren Feldern? Ich will strip meinen Mine, ja. Ja, wo gehst du denn runter dafür? Zwischen den Feldern. Ach, da wo ich, also meinen Weg, den ich runter gemacht habe, ja? Denke. Ja, okay. Jaja, ich hab ihn. Einen anderen Weg haben wir, glaub ich, noch nicht. Okay. So, warte, ich mach mal eben den hier noch als Gang fertig. Wir haben natürlich jetzt kein Obsidian dabei, um unsere Pick-Axis zu reparieren, ne? Nö. Wir haben aber auch kein Reparatur, äh, Gerät dabei. Doch, dein Inventar. Wieso, das kannst du doch im Inventar machen? Warte mal, der Raum hier, der macht hier gar keinen Sinn, den können wir zumachen. Also, die können wir hier alle zumachen. Was macht der eigentlich jetzt da unten? Was sucht der da eigentlich noch Interessantes? Nur die, die noch hier waren. Ich hab 47 Diamanten aus dem Raum mitgenommen, wo... Nice! ...nix haben wir ja. Tup, tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen wollte, siehst du? Jetzt weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, würde ich hier gar nicht mehr lange rumeiern habe. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Okay, also wenn's hier sonst nix mehr gibt, weil höher geht's hier ja scheinbar, ne? Ne, ne, hier scheint's nämlich nichts mitzugeben. Oh, gut. Lass mir hier nochmal die Kiste reinkucken. Außer brennende Sachen. Einen Sattel hat auch irgendwas, okay? Ja, nimm mit, Sattel ist immer gut. Ja, ja, klar. Ne, gut, wenn das hier dann ein Finish ist, dann können wir auch wieder runter gehen. Ich will fast sagen. Back. Das sieht jetzt nicht danach aus, dass wenn hier noch irgendwas so ein fulles rumliegt. Oh, da sind gelbe Creeper. Ach ja, tainted. Bound. Warte. Ah. Hallo ihr Lieben. Willst du da jetzt extra hinrennen? Ich würd jetzt hier extra nur ne Sperre reinbauen, damit die her... Kann der fliegen oder was? Ja, der kann fliegen. Angel Creeper. Und sie explodieren scheinbar nicht. Ne, deswegen... Wo war denn der Ausgang da? Hier runter. Was hier inzwischen wieder alles spawnt? Ist ja herrlich. Ja. So. Davon brauchen wir aber so viel. Na, 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 na. Das nehmen wir mal an uns. Weil der Laufverschleiß, der ist hier echt extrem. Das nehmen wir mal an uns. Laufverschleiß? Ja. Ich bring noch zwei einmal mit. Um feinsten. So, hier runter. War hier was drin? Glaub ich hier lang, ne? Da muss ja. Ja. Hier sind Blöcke weggemacht worden. Was ist los, Daniel? Alles gut bei dir, Daniel? Ja, ja. Wollen wir das? Ja, ja. Ja, ja. Die wollen unbedingt, dass wir sterben. Lumber Eggs auf Doom. Lumber Eggs auf Doom. Oder explodiert denn hier alles? Yes. Okay, kannst du essen. Ich hab ne lila Lumber Eggs. Kann man die auch leveln? Ja, natürlich. Und dass hier gleich ganze Hände weggerissen worden sind, ist ja toll. Da hinten, äh, durch steht übrigens ein cooler Busch. Wo? Das wollt ich haben. Hier stehen überall coolen Büsche. Wo bist du denn? Das nehmen wir auch noch an uns. Äh. Ah, okay. Die brauchen ewig zum leveln. Hier, rechts von dir. Da hast du wenigstens ein Teck noch Holz. So. Dann gehen wir mal hier lang. Dann werden hier noch. Da ist das. Oh, das ist sehr gut. Hier Spinne. Ja, hier den Busch kann man machen. Aber übrigens hat er auch in den Kommentaren, ne? Ähm. Wir hätten hier so schön bezugsfertige Häuser, ne? Und wir gehen den Dreck los. Ja, ja. Das hast du ja auch gelesen. Aber wir wollen halt hier unten wohnen. Das haben hier unten genug Platz. Die Häuser sind alle zu klein. Da kann man sich nicht hier ausbreiten drin. Habt ihr die Busche letztes Mal nicht drin? Äh. Die hat die dann gepflanzt. Ich hab nichts gepflanzt. Nicht nur die Wüste. Dann sind die spontan entstanden. Das kann sein. Ähm. So. Holzkiste hatten wir das auch schon. Ich geh nicht mehr durch, ey. Hier ist alles irgendwo, ey. Wo kommen denn die Erze rein? Ich glaub hier. Stein, die ist Erde. Da ist Stein. Was will ich? Hinter uns, hinter uns. Warte, irgendwo ne Kiste mit Kohle. Ich weiß das. Ich hab die schon mal gesehen irgendwo. Was ist das mit Creeper? Da. Okay. Das war knapp. Ein halbes Herz. Äh. Jo, das finden wir auch. Ich hab auch genau noch ein halbes Herz gehabt gerade eben. Ich glaub ich mach das einfach hier. Willst du erstmal raggen? Ja, ja. Ich ragge erstmal. Dann stell dich halt in die Ecke. Ich kann die auch gerne so lange zumachen. Ronald raggen? Mach mal wieder auf. Passt schon. Ronald McDonald? Waren die Büsche hier letztes Mal auch schon? Nein. Die hat er hier hingestellt. Wo hat er die denn her? Aus dem Inventar oben? Aus den Kisten? Ich hab nirgends so Büsche hingestellt. Der verschwendet so. Laber doch nicht. Was sind Büsche denn überhaupt? Stehen überall diese Orberry-Dings rum. Nimm sie, bringen sie mit? Warte, das Infused nehmen wir mit, Harper. Ja, mach du mal. Wieso man das stehen lässt? Infused? Jaja. Da kommen die, da kommen die Kristalle raus und so. Wo bist du hin? Von da aus? Irgendwenn höre ich hier buddeln. Ich glaub hier waren wir schon. Also bei der Kuchen kommt der bekannt vor. Na, mich also buddeln. Komm mal zu dir zurück, ich seh dich. Hier. Ah, da, okay. So, ähm, ich mach jetzt mal eine separate Kiste. Das bringt so nix. Hast du den Ausgang auch zugemauert, äh, Brother, oder? Was? Ich hab nichts gemacht. Er hat jemand vom Kuchen gegessen. Erinnere dich dran, dass du, äh, mich mittrollst, ne? Das ist mir egal. Äh, was? Ich hab nichts gemacht, wollte ich sagen. Also hier sind wir runtergekommen, ne? Jaja. Weg. Weil... Ihr werdet hier wohl der Stockwerk markiert haben, wo ihr rauskommt, oder? Hoffe ich für euch. Hoffst du für sie? So, ähm, wir sind gleich wieder da. Bis dahin, tschüss. Schon wieder davor geworben, ey. Das ist schon wieder passiert, ey. Und los geht's. Ich brauch Obsidien. So kommen wir zurück. Ich brauch Obsidien. Hat jemand Obsidien? Hier. Hier sind wir, äh, glaub ich. Ja, dann sind wir einfach eine Etage zu tief rumgelaufen. Vielleicht haben wir irgendwo Obsidien drin, damit ich da mein Dings reparieren kann? Nö, ich brauch das gerade für die Upgrades der ganzen Items, Tools, Waffen. Ähm, aber draußen gibt's eins. Ich hab keine Ahnung. Was? Ich weiß. Da hinten ist noch Dings, das kann man mitnehmen. Dann waren wir hier nicht. 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 Da ist Obsidien im Boden. Ja, kann ich nicht abarbeiten. Äh... Du hast eine Pickaxe, die Obsidien... Die Broken ist. Deswegen brauch ich Obsidien. Schande über dein Haupt. Ach... Ach...